2. November 2017 141.220 Das Model 3 gilt als Hoffnungstrager des U-Selectro-Autobauers Tesla. Mit dem Wagen will das aufstrebende Unternehmen aus dem Silicon Valley den Sprung aus der Nische eines Herstellers batteriebetriebener Luxusfahrzeuge in den Massenmarkt schaffen. Doch Tesla bekommt die Probleme bei dem Fahrzeug nicht in den Griff, das Unternehmen muss seine Produktionsziele verschieben und schreibt im dritten Quartal einen Rekordverlust. Statt schon im Dezember KNNE die Fertigung des wichtigen Model 3er erst drei Monate spart er auf wahrscheinlich 5000 Fahrzeuge hochgefahren werden, KNV endigte Firmenchef Elon Musk am Mittwoch nach Bayerzen Schluss an. Damit verliert Tesla wichtige Zeit. Investoren reagierten verschreckt, denn die Konkurrenz sitzt Tesla bereits im Nacken. Die Aktie gab im nachbareresslichen Handel fast ein Viertel NF-Prozent nach. Im dritten Quartal liefen statt der versprochenen 1500 Elektrowagen vom Typ Model 3 nur 260 STA ein Viertel CK von den Bah-Endern. Als Achillesphase stellte sich die Produktion der Batteriemodule heraus, fahr ein Viertel er die Tesla in der Bah ein Viertel STE von Nevada eigens eine Groa E-Fabrik hochgezogen hat. Dort mal ein Viertel zählen die Fertigungsablau für den Angaben zufolge teilweise ein Viertel berarbeitet werden. Er sei angesichts der Probleme vor drei, vier Wochen deprimiert gewesen, rar umte Musk ein. Inzwischen sei er jedoch wieder optimistisch, da klar sei, was zu tun ist. Wir haben es erkannt, wir haben das im Griff, sagte der umtriebige Milliarder R. Mehr als eine Marketingabteilung Analysten zeigten sich skeptisch. Ich glaube, dass es bei Tesla noch die oder andere negative Aberraschung geben wird, sagte Frank Schwope von der Nord LB. Es sei noch nicht erwiesen, ob das Model 3 und die Batterien ausgereift seien. Tesla vermarktet sich sehr gut. Dem Unternehmen wurde bisher viel verziehen. Ich glaube, dass irgendwann die Zeit kommt, wo Tesla mehr sein muss als eine Marketingabteilung. Kunden, die fahr ein Viertel er die Bestellung eines der begehren Model 3er eine Anzahlung gemacht haben, knenten angesichts der Produktionsverzagerungen, der war es werden. Sein Kollege Marc Reneton vom Bonkhaus im M. Warburg RGNZTE Tesla mal ein Viertel SSE erkennen, dass es nicht allein auf die blumige Anker ein Viertel Digung ankomme. Das Unternehmen mal ein Viertel SSE das Versprochene auch auf die Strahe bringen. Da sieht man, dass das etwas schwieriger ist. Das Unternehmen aus Kalifornien hatte erst unter NGST die Präsentation seines Elektrolasters Tesla Semi um einige Wochen auf Mitte November verschoben. Wegen der Probleme bei Model 3 verbrennt das ohnehin Verluste schreibende Unternehmen noch mehr Geld. Im abgelaufenen Quartal belief sich der Fehlbetrag auf 619 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg zugleich um 30% auf knapp 3 Milliarden Dollar. Musk sagte, Tesla verfahr ein Viertel GA ein Viertel Bär ausreichend Kapital, um die Verzagerung zu A ein Viertel Bär Bra ein Viertel C kähnen. Ende September verfahr ein Viertel GTE das Unternehmen A ein Viertel Bär Barmittel von 3,5 Milliarden Dollar. Zur Jahresmitte 2017 waren es noch etwas mehr als 3 Milliarden. Tesla hat mit der Sportlimousine Model S und dem Gela-Ende-Wagen Model X der Konkurrenz das Fahre ein Viertel RC H10 gelehrt. Das Model 3 kostet mit 35.000 Dollar nur halb so viel wie das Flaggschiff Model S, wodurch sich der Druck auf die traditionellen Hersteller RHHT. Inzwischen haben alle Groang-Auto-Konzerne Elektroautos angekarrt ein Viertel N dicht, die in den nahechsten Jahren auf den Markt kommen sollen. Autobauer wie Volkswagen, Daimler und BMW stehen unter Zuckzwang, weil sie die scharerferen Klimavorgaben erfer ein Viertel LLEN mal ein Viertel Ceng. Hinzu kommt, dass der Diesel wegen der Abgasschummelei in Verruf geraten ist. Auf den Selbstzaheinviertel NDR hatten vor allem die deutschen Hersteller gesetzt, um den CO2-Ausstoir zu verringern. RTR weitere Linksbildquelle Lucy Nicholson Reuters Insurance Insurance Sacha ä Untertitelung des ZDF, 2020